Hey Freunde! Servus! Ich bin der Renton. Wir spielen Red Dead Redemption weiter. Wir sind in Mexiko, Baby! Und ich glaube wir hatten zwei Auftraggeber dort. Sind wir in Mexiko? Sind wir dort? Ich musste ja leider das superschöne Lied abbrechen. Da war was. Die Kalifornien-Mission ist da oben noch. Ich musste gerade niesen, sorry. Entschuldigung. Ich habe jetzt auch einen knallroten Kopf wahrscheinlich. Die Missionen werden nicht angezeigt. Was ist denn da jetzt los? Ah, jetzt. Nicht sterben, Pferd. L, R und D. Was ist denn mehr an uns dran? L, R. Also, geh mal hoch. Oh Gott, mein Hals, mein Kopf, alles. Hey, leck mich am Arsch. Hallo, Tier! Das ist tot. Einige Tiere gibt es nur in bestimmten Teilen. Ja, gut, das war mir schon klar. Ich könnte mir ein mexikanisches Pferd holen, ne? Hier das schwarze Pferd, das hat es mir gerade angetan. Bleib stehen! Es ist gar nicht so schwarz, oder? Ich nehme das rechts. Das rechts. Das soll es sein. Ja. Oh. Drauf mit mir. Haltet dich in der Mitte. Schon 100 Mal gemacht. Guckt euch mal die Muskulatur von dem Pferd an. Ganz ehrlich. Äh, The Jack hatte, äh, im Let's Play unten gefragt in den Kommentaren, wann das Spiel ist. 2010. Also 6 Jahre alt. Es ist bombastisch, wie es noch aussieht, gell? Es ist einfach bombastisch. Ah, 360 war eh irgendwie eine Generation. 360 PS3, wo die Spiele relativ gut altern. Zum Glück. Es gibt manche PS1-Spiele oder sogar PS2-Spiele oder N64-Spiele, wo man denkt, boah, geht gar nicht mehr. Sieht nicht schön aus. Mein Pferd sieht schön aus. Obwohl es halt ganz schwarz ist. Ich wollte eigentlich einen ganz schwarzen Hengst. Geschäfte haben Utensilien im Angebot. So, und wenn ich dem Pferd jetzt, äh, hier noch ein bisschen Ausdauer beibringe, ich glaube, das wird toll. Das wird super toll. Äh. Ich will übrigens, äh, den Winchester wieder haben. Weil die mehr wie vier Schüsse machen kann. Finde ich praktisch. Finde ich sehr praktisch. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich das Reh gekillt habe, ohne es auszunehmen. Also, war es einfach nur Mord. Das andere wäre Mord mit Raub gewesen. Haha. Es ist einfach nur Mord. So. Mach mal Raub mit Mord. Komm. Ähm. Mich würde mal interessieren, was ihr eigentlich so von Western haltet. Western-Film, äh, sonst was. Also, ich war nie der riesen Western-Fan. Äh, klar, äh, spiel mir das Lied vom Tod, hab ich gesehen. Äh, zieht sich meiner Meinung nach. Äh, heutzutage ein bisschen arg. Manchmal. Aber trotzdem ein sehr, sehr guter Film. Äh, gibt ja auch diese Italo-Western. Ich weiß nicht. Ihr könnt mal ein bisschen schreiben, was euch so im Western-Style gefällt. Was euch da, was ihr gut findet. Ähm. Aber selbst, äh, obwohl ich nicht so der riesen Western-Fan bin, bin ich ein riesen Red Dead Redemption-Fan, ne? Muss man einfach sagen. Äh, hier, Hateful Eight. Ist ja auch, spielt zumindest in der Zeit, ja. Ist jetzt nicht wirklich ein Western. Hat mir aber auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, Pflanzen, lass ich jetzt grad mein Ohr. Oh, mir juckt die Nase. Ich glaub, ich muss gleich wieder niesen, gell? Da ist er. Ah, den will ich holen. Ah, der sah gut aus. So, schicke Federn. Ne Eule war das. Hätte ich im Leben nicht, im Leben nicht erkannt, dass das ne Eule ist. Aber gut, wir wollen ja jetzt endlich mal die Mission weitermachen. Haben halt ne lange Strecke vor uns, ne? So ist es halt. Normalerweise eben mit dieser Soundtrack-Begleitung, aber der Soundtrack war wohl weg durchs Speichern. Das Lied, was da gespielt wird. Ich weiß nicht, ob's auf YouTube bleiben wird. Ich hab das Video bis jetzt noch nicht hochgeladen. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ah, das Loch hier in der Mitte, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Möglich wär's, dass ich da ein paar Mal reingefallen bin. Mit meinem Pferd. Also Pferde sind schon in der Vergangenheit oft gestorben bei mir. Wobei ich ja hier eher suizidale Pferde hab in dem Spiel. Bis jetzt hab ich noch keins erschossen oder aus Versehen gekillt. Angeschossen hab ich mal eins. Stimmt, das könnte es eigentlich traurig gemacht haben und deswegen hat es sich umgebracht. Hä. Hä. So weit hab ich noch gar nicht gedacht. Siehste mal, ne? Siehste mal. So. So. Binden wir das Pferd an. Äh, ich geh hier in die Stadt rein. Chupa Rosa. Mein treues Ross. So sieht's aus. Und ich hab schon gesehen, dass man hier rechts eine Mission starten kann. Die Tragödie des Revolverhelden. Siehste mal! Hablas espanol? No, Sir. Pardon, pero... ...yo hablo un solo poquito espanol. Habla English? Si, gringo. Hablo mucho inglés. Hablo... ...filty fucking bean-eater. Hablo... ...slippery little Mexican. Hablo... ...little piece of shit. Comprende, amigo? Comprende? Hey, what are you doing here, gringo? I don't remember inviting you to my country. I don't think you did, amigo. I mean you no harm. You mean us no harm? This is funny. What harm could you do to us exactly? Nothing, amigo. Now, I appreciate the welcome committee, but I'd hate to spoil a beautiful afternoon on such beautiful land with any further unpleasantries. If you'll excuse me. Hold it, gringo. I think you're forgetting something. A little taxation. I have a large family. I have a large family. I, too, have a family, friend. So that we may see our families again, I suggest we part ways amicably. Can I see the boots, gringo? I think you can see them from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, americano. As you wish. Oh, very good. Very good indeed, sir. What a great way to improve border relations. An illiterate farmer crossing the river, coming into their civilization and butchering the local peasants. Thank you very much, sir. Don't mention it, old man. You killed peasants? You become a peasant. I never aspired to be anything more. A socialist, huh? No wonder you left America. Not many things. Most of them bad. But a man of political principles? No. Well, then I fear Mexico may not be for you, sir. Don't you worry about me. Oh, but I do worry. An angry man a long way from home? A man who handles a gun as sloppy as you? I can handle a gun okay, partner. Yeah, as long as you're killing quail or peasants. But if you have to face another man, you don't stand a chance. And you do? I can show you a few tricks. Come with me. Hold on. What's your name? That doesn't matter anymore. And you? I never had a name, mister. I was raised in an orphanage. A real American, huh? Wonderful. Just wonderful. Well, you won't make it into circus, but you can shoot. Keep on practicing. Thank you, old man. Now, who are you? No one interesting. Who are you? Landon Ricketts. Not a name that means much anymore. It means a little. You were famous when I was a boy. Yeah, killing men's a strange kind of fame. I was the fastest in my time. I must have been. I'm the only one left. What are you doing here? Living quietly. Waiting. For what? I don't know. And you? I'm looking for a couple of men. Bill Williamson. Javier Escuela. Escuela's from here. It could be. This whole place is teeming with the... with Americans on the run. Mercenaries. Locals hellbent on revolution. Revolution? Another one? Yeah. Never really ends. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left. Now there's another local guy running around promising the peasants their freedom. Just like the last two or three. Local government? Foul bunch. Colonel Allende. He runs this place like a feudal king. He's an awful individual. Is that so? Yeah. Until someone puts a bullet in his head. Come on, let's get back to it. You have to keep that back straight. Otherwise it makes the gun jump. See if this Scofield makes a difference. Now that's a real gun. Well done. Now that wasn't so hard was it? Follow me. We're going to try something a little more challenging. You must know. You must know. The Xs, the before came, the are automatically coming. The Vögel around here always raise hell. And now we're going to be able to set the life out of the local. I think we're going to put your new found fields into the test. While a public search, what it could be. Here we'll do. I'm going to scare some Vögel. Let's see if you can kill more than one at a time. Ach, I must even kill them. 2 or more Vögel. 1, 2, 3, 4. gleich aus rauben los ich kenne ja nicht umsonst ich will die federn noch haben die geiler alter eins noch so wunderschönen auf zurück zu lemony cricket oder wie er hieß bringen wir noch was bei so ricketts senior ricketts senior ricketts senior ricketts por favor senior her back wagons under attack just outside of town we need your help again whoa slow down ramon we'll take care of it thank you senior again you are the savior of this town well my friend are you ready to take a list theoretical exam sure i don't er hat so einen geilen schnurrbart der geht ihm bis ins gesicht runter bis 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 zur brust sollte ich mir auch machen oder so ein besen die musik moment moment story we used to ride together was all friends want only a buzzer feeds on his friends there must be a high bounty on their heads what would you do if somebody took the people you love told you they died you didn't do as they asked i'd show them what a big mistake banditers haben eine geisel halte abstand und verwende deat ich bin schon davon ausgegangen dass ich die geisel gekillt hab was das bandido outfit entdeckt mit ihm wirst du in mexiko wie ein bandenmitglied behandelt möchte ich nicht wissen mein pferd jetzt was die kutsche zurückgelassen wichser unglaublich ich hätte nicht gedacht gut dann nehmen wir aber die winchester repeater für einen wehren abstand lucke auf million weiter Weggeschoben. Äh. Aha. Aha. Oh, ich hab den blöden Hut abgeschossen. Ist das gut? Ah, bada, 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 bada. Sano y salvo. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later, and we'll call things about even. Kann ich das, äh, drüben kaufen, oder kann ich's nur mit... Und da ist auch... Ne, das ist wieder der Ricket. Ricket! Ist dem so eine Mission, und ich denk, die werden wir auch als nächstes wieder machen. Ah, kaufen! Ich hab dich ge... Mir fehlt's Geld. Puta! Gringo, puta! Ich hab zu viel Narcos geschaut. Lernt man nur schlimme Wetter bei der Serie? Ist aber geil, solltet ihr gucken. Ist fit. Äh, Posada. War doch irgendwo auch Panko. Panko. Da ist ja, die Panko. Die gute Panko. Tate. Äh. Ich kann hier nix verkaufen. Oh, wie schwul ist denn das? Nee, ich hab... Das gibt's doch nix. Das gibt's ja nix. Macht mich traurig. Leute, dann beenden wir den Part halt hier. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. took zu... Bis zum nächsten Mal.